Ich darf jetzt noch den zumindest für oben letzten Act ansagen mit Katrin Pechloff, ist eine ganz, ganz wunderbare Künstlerin, für uns war es ein großes Vergnügen, wenn man mal von kammermusikalischem Jazz spricht, dann sicherlich an dieser Stelle ganz zurecht. Und zwar nicht, weil einem nichts anderes einfällt, wie könnte man das bezeichnen, dass kein Schlagzeug dabei ist und Sie machen keinen Free Jazz, sondern weil es tatsächlich eine ganz kammermusikalische Auffassung ist, es ist Kommunikation auf höchstem Niveau, es ist ein ganz feinsinniger künstlerischer Umgang miteinander und auch hier waren wir uns ganz einig, das wollen wir Ihnen gerne zeigen und wir freuen uns auch bei euch drei, dass Sie Zeit gehabt haben, hier heute zu kommen. Jetzt noch viel Vergnügen mit diesem wunderbaren Trio, sie wird ihre Musiker selbst ansagen. und wir freuen uns auch bei euch. und wir freuen uns auch bei euch. und wir freuen uns auch bei euch. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik 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 Applaus Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020